Musik 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 Keine Ahnung Napoleon Chinafest Weltkrieg oder so? Ne, ok, doch oder? Red must stay Nein, also ich weiß nicht Ähm, willst du dich? Ja, da war halt dieser Krieg und dann Mauergefühl und ja, da war halt diese Juden halt diese Juden, normale Leute und keine Ahnung Ja, so halt. Ja, das ist einmal 60 Jahre Deutschland die Verfassung und das Grundgesetz wurde ja 1949 aufgestellt erklärt, ne, wie heißt das verabschiedet Ähm, und dann haben wir noch 20 Jahre der Mauerfall, der war 1989 aber die Daten genau weiß ich nicht also an welchem Tag Musik Musik Ich würde sagen, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland Es war diese Demokratie Musik Ich war damals in Berlin und ich habe den Mauerfall also selbst miterlebt und also ein positives Erlebnis Da war ich gerade zufällig in Norddeutschland und das war für mich ein Ereignis Das war ganz toll Musik Musik Couch-Potato Couch-Potato Next Generation Äh, kurz vorm Nix oder so Die Konsum-Generation Weil ich denke, dass es heute sehr wichtig ist für die Jugend eben ihr Handy zu haben eben Reisen zu unternehmen und das ganze Leben so zu genießen wie es ist Für die heutige Jugend äh, finde ich manchmal gar keine Worte Flower Power Power eigentlich nicht Die Beste Die Beste Ja Warum? Weil sie sind ihr seid Musik Musik Ach ne, das finde ich nicht so gut Also, ich würde nicht sagen, dass das die Generation Egoismus ist Ja, ich habe da nicht so viel Erfahrung mit weil meine Enkelkinder und äh, von meiner Schwester die äh, Enkelkinder und Kinder alle äh, okay sind Ähm, gewisse Art und Weise Ähm, gewisse Art und Weise Ja Ähm, aber wie gesagt, ich sage mal mal Die werden da rein gedrängt In den Egoismus-Status Ähm, weil es halt nicht mehr so ist wie es früher war Musik 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 Ich halte sehr viel von der Jugend Ähm, ich denke wir Das ist unsere Zukunft so oder so Ich komme mit der Jugend sehr gut klar Es ist immer so, dass einige schwarze Schafe darunter sind Das gab es früher auch und äh, ich habe kein Problem mit den Jugendlichen Im Gegenteil, ich komme gut mit ihnen aus Es gibt halt solche und solche Es sind sehr respektlos, die heutige Jugend Ähm, das Schlimme für mich finde ich für die Jugend von heute, die haben keine Zukunft mehr Also ich würde sagen, sie ist besser, wie man sie darstellt Ich denke da rüber, was ist da jetzt schon rüber Die haben nicht mehr so viele Möglichkeiten wie wir früher gerade haben Fussballspiele, was wir früher gemacht haben, die Spielplätze sind wie das, was sie früher waren Also da fehlt ein bisschen was Schrecklich, weil sie frech sind und nicht hören Ich wohne direkt neben einem Spielplatz Ich mache so viel mit, die waren heute Nacht Bis dann noch der eins im Spielplatz gesessen und rumgekriechen Dreck gemacht und wir müssen es bezahlen Also sie sind manchmal frech, sie trinken schon Zigaretten Und sie trinken auch Drogen und das ist nicht gut Die Jugend ist genauso gut wie unsere Jugend war, muss ich sagen Es ist halt eine andere Zeit und die hat sich halt entsprechend der Zeit angepasst Ja, meine persönliche Zukunft finde ich eigentlich, habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht Kinderpflegerin Andenpflegerin Schauspielerin Wenn man anderen Menschen helfen kann Ja, Traumberuf, boah, das ist eine gute Frage, ne? Ein Traumberuf ist, halt einfach eine schöne Familie haben und glücklich mit deinem Leben, das ist mein Traum Bei uns Ausländer ist es ja meistens so, dass wir halt nicht so einen guten Abschluss haben Und für mich wäre es ja schlecht, wenn ich jetzt auch keinen guten Abschluss haben würde und halt nicht so gut weiterkommen würde, aber sonst alles okay Abitur machen, studieren, ja, heiraten Ich stelle mir meine Zukunft so vor, dass eigentlich so ziemlich fast alles, was ich mir wünsche, in Erfüllung geht Ich will erstmal mein Abitur jetzt schaffen Danach muss ich ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeiten, dann gehe ich in die Pharmazie Aber drüben in der BSF oder in Abort Irgendwann will ich in Forschung und Entwicklung gehen, dann dort will man in Aktien einsteigen oder sowas Rosig mit Taschen voller Geld Nicht in Deutschland Ich verfolge das alles nicht so richtig, ehrlich gesagt Ja klar, schaut mir mal Nachrichten und kriegt so mit Ich muss euch sagen, die sollen machen, was die wollen, ich kann sowieso nichts ändern Ich habe im Bekanntenkreis viele, die also auch Politik mitmachen und ich muss sagen, ich finde das positiv Ich werde das noch ein halbes Jahr Das wird nach 100 Jahren Ich werde das noch ein halbes Jahr Ich werde das noch ein halbes Jahr Ich werde das noch einmal mit dem Aktien Ich werde das noch mit dem Aktien Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.